Alles gut Ben? Du hast mir so ein bisschen abgenommen. Ja, ich weiß. Keine Fitnessprodukte, Bruder. Weißt du? Deswegen. Sie sind einfach zu teuer. Muss ich machen, ey. Hier auch rein. Hey! Ich hab gehört, du hast... ...Geldprobleme. Ja, hab ich. Aber was willst du? Also... ...ich könnte dir behilflich sein. Ich wohne gar nicht so weit weg von... ...hier und... ...wenn ich ein paar Fotos von dir schießen könnte, dann... ...könnte ich dir einen Eiweichshack auslegen. Okay? 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 Da vorne ist meine Tür. Hm. Okay. Ja, kommst du endlich weiter? Hm. 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 Kommt ihr so? Ach, das sind nur meine Fitnessshaker, die offen sind. Komm doch rein und... ...setz dich hin. Okay. Ich mach uns schon mal ein paar Getränke fertig, ja? Hm. Wie lange brauchst du noch? Ich bin gleich fertig. Ich mach uns nur zwei Getränke fertig. Hm. Ich hab doch gesagt, dass ich gleich komme. Hier. Für dich. Für mich. Trink doch. Wie ist eigentlich dein Name? Mein Name ist Beffrey. Okay. Wo arbeitest du? Ich arbeite bei der Barmer. Und die Leute haben immer so einen witzigen Wortwitz. Den nimm ich immer Beffrey Barmer. Beffrey Barmer, ja. Ja, Beffrey. Ähm. Ich glaub, ich geh jetzt lieber... Nein, 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 nein. Ich bin hier! Komm schon. Lass mich nur zwei Fotos von dich schießen. Dann... ...kriegst du die ganzen 5 Euro von mir. Okay? Okay, nur zwei Fotos. Nicht so komisch war, Mann. Du hast doch wirklich Buser reingetan, ne? Wie macht man, fühl ich mich so aktiv? Was hast du getan, Mann? Scheiße, Mann, warum bin ich so... Dings! Mein Name ist Befri Barmer und ich bin auf der Suche nach einem Trainingspartner, der für immer und ewig mein Freund bleiben wird.